Wir brauchen nur ein bisschen, bis ich da bin. Okay. Die Pilze sind auch respawned. Die wachsen hier von neu. Geil. Nein, nein. Das ist gut. Ich hab fünf Fertigkeitspunkte. Oh. Wo sind denn die? Ah, Fertigkeiten. Der glückliche Sammler. Plünderungseigenschaften. Kampfeigenschaften. Präzisionsschütze. Sprengmeister. Oh Gott. Kann ich auch springen? Intelligenz. Was ist das? Lernen, Schlagstoffe effektiver zu nutzen. Ne. Ich würde hier sowas wie... Bogen schießen. Mache ich ja. Revolver, Held brauchen wir noch nicht. Laufen und schießen. Okay, kann ich aber nicht kaufen, oder? Okay, das ist alles noch etwas weird, okay. Ich dachte halt, ist halt geil, wenn man das jetzt skillen kann, dann kann man da bestimmt besser rüber. Ja, okay. Okay, es geht. Oh Gott. Oh Gott. Dann hier rauf, wahrscheinlich, oder? Ne. Hör auf. Kannst du das irgendwie runter... Oh Gott. Äh, runterbewegen. Nein, nein. Oh Gott. Dann von hier jetzt rüberspringen, oder? Ne, von da kommen wir ja noch. Oh, es geht aber auf den Balken. Nach oben auf den Balken und dann rüber. Aber von hier kommen wir. Ja, tatsächlich. Ich mein' auch. Äh. Ich will uns irgendwas drücken. Ja, gut, der ist... Da unten ist halt noch jemand, ne? Da unten ist auch Dynamit. Ja, stimmt. Wir müssen ja alle hier umbringen, ne? Ich glaub' ja. Kann ich das Dynamit abschießen da unten? Ne, das geht nicht. Okay, aber ich hab' ihn getroffen. Die Dynamit kann man nicht abschießen. Ja, oder wir gehen nochmal runter. Ich hol' das nochmal nach. Ja, vielleicht. Okay, ich komm' mal wieder. Ich lauf' mal wieder hier rum. Okay, zurück zum Händler. Kann man das Dynamit von da unten vielleicht noch aufheben? Versuch' mal. Ach, das ist ne Handtasche. Ach, das ist ne... Oh Gott, das ist aus wie Dynamit. Und ich hab' darauf geschossen. Ich hab' auf die Handtasche geballert. Hm. Hm. dann auf zum händler Oh Gott, sind die lauter hinten. Meine Ausdauer ist im Arsch. Ja, eigentlich schade, dass man die nicht erst mal skillen kann, ne? Mhm. Oh, da hinten ist ein halb nackter. Da gehe ich lieber nicht hin. Die sind mir suspekt, die halb nackten. Komm ich nur aus dem Ausdruck. Mhm. Und was für Pizza-Brötchen hast du dir bestellt? Mhm. Ganz normale mit Käse. Mhm. Einfach nur Käse. Reicht ja auch, ne? Ja. Ja, ich wollte eigentlich auch weniger Fastfood essen, aber ich habe halt echt noch Hunger heute. Und ich wollte vorhin noch was machen, aber ich war halt so spät erst zu Hause, leider. Da war nix drin. Oh, können wir die Äpfel hier mitnehmen? Kürbisse, können wir die mitnehmen? Ich habe sie eben schon probiert, leider. Ach, das geht wieder nicht. Scheiße. Wow. Du nervig. Weißt du, der hat das alles hier und gibt uns das nicht ab. Oh, wir können... Oh, hat er uns das jetzt alles gegeben? Wähle eines. Schießpulver, Schrotflittenpatron? Was machen wir? Günther, was brauchen wir? Also ich glaube, Schrotflittenmoni wäre gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, wir können bald welche herstellen. Aber leider kriegt doch nur einer von uns die Belohnung, ne? Ja, aber ich kann... Die kann ich fallen lassen für dich, oder? Ne, machen wir jetzt zu Hause, alles gut. Ja, okay. Okay, wir müssen auch nach Hause, wird wieder Nacht, oder? Mhm, genau. Tag zwei ist vorbei. Wie ist denn zu Hause? Da. Das mit dem Bett markieren. Ja. Wie viel Ausdauer hast du noch? Hat sich das verringert durch das, was du gegessen hast, oder? Ne, im Moment geht's. Ich habe 102 Ausdauer. Hm, okay. Ah, da hinten ist unser Zuhause. Ich sehe es schon. Trautes Heimglück allein. Ich bin gespannt, ob die jetzt über den Zaun einfach rüber gehen, oder ob die zumindest ein bisschen aufgehalten werden dadurch. Ja, stimmt. Weil ich sage mal so, wir haben schon zwei Tage verplempert, und, äh, ja. Was heißt, nein, wir haben sie nicht verplempert, wir haben schon was gemacht. Ah, wir haben schon was geschafft. Bisschen Bad. Ah, ich bin überladen. Ach, das auch noch. Ah. Ich habe gerade was getrunken. Ich bin überladen. Ah. 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 kurzes eisenrohr blei bist du auch schon zu hause angekommen ja ich sortiere gerade ein bisschen ein ist da gleich noch platz drin kann ich da auch noch rein machen wissen was kann sonst noch eine zweite kiste glaube ich bauen ich habe leider nichts um die kiste zu bauen oder kann ich irgendwie eine andere kiste ohne nägel bauen wahrscheinlich nicht ich brauche für alles nägel du brauchst gesicherte aufbewahrungstruhe da brauchst du keine für hatte gesicherte da okay geil ich nehme ein bisschen holz raus ja bist du da gerade dran ja okay warum geht es nicht ich baue die mal einfach hier neben ne ja mach das ich meine wir haben ja noch nicht so viel stuff als dass es unglaublich wichtig ist so okay ich balle auch erstmal den stuff hier rein alles hier rein ich habe hier flag ii ist das das gekotze von uhr kleber 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 ist auch geil können wir irgendwie antibiotika herstellen sollte ich nämlich nehmen hat er gesagt was braucht man dafür wir müssen medical journals lesen arbeitsstation stufe 1 tau sammler okay stufe 2 werkbank ja wir haben 60 minuten überlebt geil oh jetzt habe ich irgendwas gekauft handy war der alles gut deine feinde mit knüppeln und schläger bewusstlos zu prügeln ja komm donnerwüchse interessiert mich nicht pack esel oh ich kann mehr gegenstände das brauche ich kampfeigenschaften der raufbold nee das brauche ich nicht nee das brauche ich auch nicht meistere die kunst das will ich auch nicht laufen und schießen das will ich gleich mal machen nee obwohl das auch blödsinn parkour ist glaube ich ganz geil oder mach ich mal das ist das ist das ist Kann ich einen Vorschlaghammer bauen? Wäre ja auch schick. Steinvorschlaghammer, ja. Okay, das haben wir alles. Mach ich. Den will ich haben. Das ist noch das gleiche Spiel, ja. Wir spielen das Spiel aber noch ein bisschen. So, warte. Ich habe nämlich gerade das Ganze geskillt hier. Ich mache damit mehr Damage mit dem Vorschlaghammer. So, wie viel mache ich jetzt damit? Okay, 18. Das ist schon mal nicht schlecht. Rein da. Dafür nehme ich mal den Holzknüppel weg. So. Den packe ich mal weiter nach hinten. Okay, Eisenvorschlaghammer uns natürlich noch gelockt. Fertigkeit 1 von 3. Durch das Lernen von Get Hammered. Ach, man muss dafür die... Ach, man muss dafür die Fähigkeitspunkte. Oh, okay. Und dann kannst du das skillen. Selbstgebaute Pistole. Können wir die schon bauen? Wir empfehlen uns noch die Rohre zu. Oh, ich habe nur eins. Schade. Okay, wir müssen Rohre finden. Kleber haben wir zweimal und Holz haben wir auch genug, theoretisch. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, das heißt, wir brauchen Rohre und so. Wir müssen da bluten. Vielleicht finden wir das ja, wenn wir die nächste Quest vom Händler annehmen. Ja, das stimmt. Wollen wir mal gucken, ob das für so ein Haus ist immer dabei. Mhm. Ich glaube, bei Nacht losgehen, kann man das machen? Ist nicht. Wollen wir einfach machen? Mhm. Willst du mal meinen Vorschlag haben wir sehen? Ich kann ihn dir zeigen. Ja. Kann man Wasser schöpfen? Ich bräuchte nämlich Wasser. Hallo, ist da jemand? Oh, hier ist alles ruhig. Äh. Ach, hast du den... Hast du das gemacht? Jetzt sind wir den Weg rüber gesprungen. Aber hier ist ein Loch im Zaun. Hatten wir schon Besuch oder noch nicht? Vielleicht ist da schon jemand gewesen. Der Blitzentline ist gerade hier gewesen. Der ist bestimmt da durchgelaufen. Oh ja. Das glaube ich auch. Mhm. Ja, was machen wir? Auch zum... Äh, Händler? Mhm. Das ist nicht gut, ne? Obwohl, der hat jetzt gar hier auch. Mhm. Hallo, Auto. Also, warte. Oh, der ist Geld drin. Das nehme ich doch gerne. Hier sieht es sehr abgeholzt aus. Wie in Norwegen. Äh, sollten wir hier hingehen? Bist du auch radioaktiv verstrahlt? Bei mir steht 7,9 Prozent. Bei mir noch gar nichts. Toll. Da hinten ist eine Holde Maid. Oh, Vorsicht. Geht zur Seite. Ah, geil. Mein Vorschlag haben wir. Schön. Da wirkt ein bisschen düster hier, ne? Und ich... Meine Verstrahlung wird höher. 8,1 Prozent. Äh. Günther, ich bin gleich verstrahlt, ne? Ein bisschen. Also bin ich normal. Ja, das geht doch gut. Ja, ja, ja. Ach komm, das ist ein bisschen mehr. Du meinst auch, das macht bei mir keinen Unterschied. Mehr sagst doch gleich. So habe ich das jetzt auch nicht gemeint, aber doch. Es trifft den Kern. Nicht? Ja, nicht. Im Kern kommt es an. Ich war mir sicher. Ja, ich weiß. Aber jetzt kann ich da gerade nicht einschalten. Der ist online. Der Grönkel. Oh. Der ist montags immer online mit dem Tobi. Aber da schalte ich nachher ein, wenn wir hier durch sind. Dann gucke ich mir das an. Die spielen heute Medieval Dynasty. Das wollen wir demnächst auch noch spielen. Genau. Das werden wir auch noch anfangen. Medieval Dynasty ist... Ich habe mal ein Reparatur-Kit gefunden, womit man ein Fahrzeug reparieren kann. Okay. Ich habe Kleber gefunden. Okay, geil. Wir haben jetzt genug Kleber für zwei Waffen. Das brauchen wir noch. Oh! Nein! Ein Bär! Oh Gott, Günther! Komm weg! Ahaha! Äh! Ist er noch da? So gelaufen war, ne? Ja. Oh, er ist noch da! Günther, der war da plötzlich. Das ist ein Zombie-Bär. Er ist aber da hinten geblieben. Ich glaube, er ist hinter dir hier. Ist er auch. Gott sei Dank. Oh, endlich mal in Ruhe. Plötzlich war der da. Ja, alles gut. Du kannst auch gerne zum Grönkel rüber. Also, mir ist es wirklich egal. Alles gut, ne? Wenn ich jetzt nicht hier wäre, würde ich auch schauen. Also, ich kann dir nicht empfehlen, dass der Bär dich angreift. Nein, bist du gestorben? Nö, aber ein Hit hat mir... ...55 Schaden erzogen. Ach nee, oh nee, hier ist ein Zombie-Hang. Ich habe hier so eine Sau gefunden. Nee, ich habe die Nase voll. Ich gehe nach Hause. Okay, die sind nachts ja schneller. Ich habe es ganz vergessen. Also, schön, ne? M-m. Ach so. Ja, das ist natürlich eine Ehre. Vielen Dank. Oh Gott. Also, ich bin jetzt auch infiziert. Okay, sehr gut. Sagt jetzt auch, dass ihr Antibiotik... Oh nein, Günther, der Bär kommt. Oh nein. Ich habe ihn ein paar Mal mit einem Bogen abgeschlossen. Ja, aber hier ist die Zombie-Frau bei mir auch noch. Oh nein. Ich glaube, wenn der mich sieht, aber ich bin nicht tot. Mein Hammer geht nicht mehr. Okay, ich habe keine Ausdauer. Oh nein. Oh Gott, der springt. Oh Gott, der springt. Hallo, Bäri. Ich mag gerne Pommenbeeren. Der esse ich sehr gerne. M-m. Und so ein Bärensteak, so wie in der Schnitzel, weißt du? Bist du zu Hause, Günther? Oder wo bist du gerade? Ja, ja, ja. Ich bin zu Hause. Schön. Zwischen dem Zuhause und dir ist... Da ist gerade Bäri. Aber Bäri geht gerade wieder. Hm. Dann sollte man Bäri in Ruhe lassen, glaube ich, oder? Ja, ich bleibe hier erstmal am Auto stehen. Ich würde ihn gerne überfahren. Bäri, kannst du mal von der Straße gehen? Ja. Meinst du, ich schaffe es, nach Hause zu laufen? Ich glaube nicht. Vor allem bringe ich den da mit nach Hause, glaube ich. Das wollen wir ja nicht, ne? Lieber nicht. Äh, guck mal, Bär. Ich habe hier ein Pizzabrötchen mit Käse für dich. Möchtest du das essen? Hier. Extra für dich? Mein Schatz? Er geht weg. Ich glaube, er mag kein Käse. Der Roddy-Mo. Oh. Oh, der Zombiehund ist aber auch nicht nett. Oh, es wird morgen. Günther, ich bin zuhause. Du hast es geschafft. Mutti kommt. Na? Da ist er. Hast du gut geschlafen? Ach, es war ein Traum. Ein inneres Blumenpflücken. Schön. Ja. Wann macht unser Freund der Händler auf, um neun? Kann gut sein, ja. Aber wir gehen mal langsam hin, er wird wohl gleich aufhaben. Den Nitrat bekommen wir auch wenn man Leichen zerteilt dabei. Okay. Ja, das muss man alles erst lernen, ne? Hm. Ich bin zehn Kilometer gereist. Okay, cool. Wann droppen die Achievements hier eigentlich oben? Hast du das auch? Ja, ne. Bei mir waren die gerade rechts unten. Bei mir droppen die rechts oben. Frag mich nicht. Er könnte uns eigentlich auch bei uns einfach bei sich einziehen lassen. Ja, wir verstehen uns das gut mit dem. Finde ich auch. Günther, ich habe ein Huhn. Wo hast du, wo hast du's her? Das getötet? Das ist hier vor mir gelaufen. Hm. Okay, ich glaube meine Infektion breitet sich aus. Ich bin ein richtiger Dooley. Ich kann nur einen Schlag machen. Oh oh. Mhm. Dann ist die Ausdauer weg. Hast du trotzdem noch 102 Ausdauer? Also verbraucht er jetzt mehr oder hast du meine Ausdauer? Äh, ich habe noch 102, aber er verbraucht halt pro Schlag 15 Ausdauer. Mhm. Das ist nicht gut. Aber das macht er bei mir auch mit der Keule, glaube ich. Kann ich das Fleisch essen? Das müssen wir braten, ne? Ja. Ich mache mal ein Lagerfeuerchen, ne? Mhm. Ich habe keine Steine. Aber hier sind ja im Glück welche. Wupp. Okay, ich bin richtiger Bob, meine Ausdauer, alter Schwede. Mach keinen Spaß, ne? Ich gehe drei Schritte und ich bin, ich fahre gefühlt um. Der Hei... Er kriegt keine Luft mehr. Hast du das Geld mitgenommen? Äh... Welches Geld? Das, was wir bekommen haben. Dieses... Äh... Jetons aus Dukes Casino. Ja, die habe ich mitgenommen. Ja, ja, ja. Das habe ich, das habe ich. Gut. Weil dann kannst du dir, glaube ich, drinnen, äh, hier Antibiotika kaufen. Okay, das werde ich tun. Dann geht's ja besser. Kann ich das grillen? Ich kann das nicht grillen, oder? Ich glaube, weil du noch einen Kochtopf und so weiter brauchst. Ach, scheiße. Ich habe Kohle und... Ich weiß gar nicht, was es noch war. Ja, kacke. Äh... Meine Ausdauer bleibt bei Null. Äh... Bei Null? Ja. Wechseln. Kannst du mal die Waffe wechseln? Regeneriert sich das dann? Nein. Hm. Ich glaube, ich sterbe gleich. Äh, du musst was trinken, glaube ich, oder? Ja, aber ich habe nichts. Kannst dir oben Wasser kaufen an den Automaten. Aber man muss doch auch anders Wasser kriegen. Ich kann doch nicht jetzt immer schon einen Scheiß kaufen. Hier beim Händler unten oder oben? Oben. Ich schaff's, glaube ich, nicht mehr an den Automaten. Oh Gott. Ähm... Du kannst auch... Du findest ab und zu auch in der Toilette oder so, ähm... irgendwie, äh... Trübes Wasser oder so. Das kannst du auch trinken. Aber da kriegst du halt einen Negativ-Buff. Hm. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach sterben? Dann habe ich wieder alles voll. Mhm. Wo ist denn hier? Kann ich mir bei ihm hier Wasser holen? Nee, musst du draußen am Automaten gucken. Oh, da war ich doch gerade! Neu! Ja, aber ich habe doch oben gesagt. Nicht unten. Ja, aber wo ist denn hier der... Oh... Und ich glaube links. Weiß es... Warte... Ah, da! Ah, da! Da, 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 da! Hm... Oh Gott, ist das teuer. Lass es aber essen. Ich brauche was zu trinken, bitte. Gib mir was zu trinken. Ich kann mir kein Wasser leisten. Scheiße. Hm, was kostet denn Wasser? Also 70 habe ich noch dabei. Ich habe 120. Ich kann noch was verkaufen, glaube ich. Dann kann ich mir das leisten. Hm? Wenn ich das noch schaffe. Ich habe noch neun Gesundheit. Ich bin gleich tot. Kannst du mir irgendwie... Hier, kauf mir das ab, bitte. Hier. Du bist infiziert? Hä? Kauf das doch! Ach, scheiße. Er kauft das nicht, die Scheiße. Okay, jetzt habe ich 144. Lass mich in Ruhe. Ich brauche jetzt was zu trinken. Äh, äh, äh. Ich bin unperch. Ähm. Götter, ich bin gleich tot. Man gebe mir Wasser. Oh no. Ich trinke das jetzt. Okay, aber meine Gesundheit ist trotzdem... Ich sterbe gleich trotzdem. Hat er Antibiotikum? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist gleich eh zu spät. Ich bin gleich tot. Entschuldige, kannst du mir helfen? Stimmt. Nein, kann er nicht. Kann er Antibiotika? Nein. Nein. Und vor allem, man findet auch nichts zu essen, ne? Mhm. Aber ich glaube, du kannst sonst das Fleisch auch roh essen, oder? Aber... Oder hat das dann negativ... Gesundheit minus eins. Hm, okay. Und da ich nur noch... Oh, ich habe acht Gesundheit. Ja, wow. Geil. Aber das kann doch nicht angehen. Wir machen doch irgendwas falsch. Wir müssen doch irgendwie was zu essen kriegen. Ja... Also dieser scheiß Automat, aber das ist ja auch schein. Man findet ja immer wieder was in Küchen oder sowas. Ja, okay. Oder die Eier. Die kannst du ja auch essen. Ja. Kann man die Pilze essen? Ich bin halt gleich... Okay, ich kann halt nichts... Alter, ist das frustrierend. Ich kann nichts tun. Du hast nicht genug Ausdauer. Du hast nicht genug Ausdauer. Ja, aber ich... Ähm... Dann bring mich... Kannst du mich umbringen? Ja, kann ich probieren. Vielleicht bin ich dann wieder fit. Weil so hat es... Es hat keinen Zweck. Ich kann mich halt nicht bewegen. Bist du? Ich bin hier hinterm Zaun. Ich habe gedacht, hier finde ich was zu essen, aber... Hast du deine Eier schon gegessen, oder? Ja, ich habe alles aufgefressen. Mach es! Ach, geht nicht, weil wir jetzt in einer Freundesgruppe sind. Scheiße! Hm. 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 Ja, gut. Hm. 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 dann gehen wir jetzt einmal gemeinsam sterben willst du auch sterben also ich bin jetzt bei 37 leben deswegen wenn wir gleich noch mal wir haben den todeswunsch vielleicht treffen wir den bär ja noch mal ja ja das spiel ist wieder vor ist aber mit zombies hast du gerade mit der knarre geballert ja wo hast du die hier ich habe die gebaut und oben gab es noch munition auf dem dach hast du die rohre irgendwie gehabt oder was wie hast du es gemacht ja genau die hatte ich vom auto abgebaut okay kann ich mich ins feuer setzen verbrenn ich doch oder nein das geht nicht die ist warm suche kleidung oder finde ein unterschlupft wenn mir warm ist mach mal nicht verstehen weil ich fieber habe oder wo ist das ein angebissenes brot okay es ist alt ist auch egal wer bringt mich das um ich esse das jetzt okay jetzt geht es mir noch beschissen jetzt bin ich gleich jetzt esse ich noch das andere hier ich will doch einfach nur sterben bitte lass mich doch einfach gehen bist du schon tot ich bin gerade an unserem wasserturm ich springe jetzt runter lasst mich gehen okay ich kann ich kann ich möchte doch nur sterben dahin ist auch ich glaube ich weiß wo du bist du bist da vorne ich hab noch mal schleber gefunden ich bin halt nicht so schnell ne ach da hörst du und hier kann man auch rohre abbauen weil ich habe gar keine ausdauer okay ich möchte jetzt sterben wie kriege ich das hin kann irgendwas vergiftetes essen ich kann halt das essen das bringt mich aber immer noch nicht um aber hier kann ich selbst runterfallen oder warum fällt man denn hier nirgends runter scheiße okay das ist aber echt kacke weil du wenn man so ein bob ist wie ich gerade du kannst ja nichts machen hier an der straße waren sonst noch ein paar zombies da oben krabbelt einer du kannst mir helfen mein freund ich komme ja komm her zu mir ich freue mich dich zu sehen hallo ah dankeschön der hat mir herz zugeschlagen endlich es hat auch gar nicht wehgetan ich bin wieder gesund gesund und mutter du hättest mal den bär wo bist du mein glücksbärchen wir hatten keine rohre mehr ne ich habe eins hier okay ne wir brauchen noch vier ich will auch so eine schrotflinte haben ich kümmere mich jetzt drum du hast es vom auto gekriegt sagst du äh ja ich konnte die abbauen und von hier diesen metallrohren die auch überall dran waren das auto gehört zwar dem günther aber es muss jetzt weg also okay oh was ist denn da los guter hier ist wandertag sind hier ganz viele 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 ach du scheiße was haben die Info ich weiß es nicht nein er hat nichts geäußert bitte ich gehe nicht wenn er mich nicht bittet wollen die zu uns nein ja bestimmt nicht Günther die laufen das ist jetzt schon Tag 3 ne aber Günther die die ne die gehen vorbei oh Gott ich hatte grad Angst ich dachte die kommen jetzt ja es ist schon Tag 3 ich brauche Rohre kann jemand mir ein Rohr leihen kann hier einer für dich ein Rohr verlegen du ah das auch bitte geben sie mir ein Röhrchen was ich aber nicht ganz verstehe können wir uns an der Schrotplinte so machen weil ich hab grad Schrotplintenteile gefunden was bringt das denn hm keine Ahnung wahrscheinlich kann man die noch upgraden oder ja das kannst du haben bist du noch bei dem Wasserturm ne ne ich bin grad bei dem Bär oh Gott hier ist ein Einkaufswagen kann ich den auch zerteilen der Bär hat mich oh der ist also nicht so nett sagste nö 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 ich hab ihn ich hab nicht mal was gemacht also nicht mal irgendwie abgeschossen und er wollte schon knuddeln er wollte halt mit dir spielen das stimmt ich versuche irgendwo Rohre zu kriegen aber im Moment äh gestaltet sich das nicht erfolgreich kann ich die Straßenschilder gegen Rohre eigentlich abbauen? stimmt da sind doch Rohre dran hier ne das ist Holz man muss mal gucken zum abbauen gibt's glaub ich auch bessere Sachen als den Hammer aber der Hammer ballert gut rein ansonsten kannst du Rohre auch aus Eisen machen kurzes Eisenrohr geschmiedetes Eisen aus Eisen und Lehm aber kann ich nicht weil wir keine Schmiede ich hab keinen Schmiede Perk hm oh und wir müssen äh Schraubenschlüssel machen weil da können wir von allen metallischen Sachen dann äh abschrauben ja es wird ja wohl möglich sein du hast doch auch die Rohre zusammen gekriegt ja ich muss doch nur vier Rohre haben und wenn du schon eins hast brauche ich nur noch drei gib mir ein Rohr scheiß Kleinbus Kleinbusse machen die Regierung kaputt ist so ich hab was gegen Kleinbusse aber nichts das hilft ok das gibt mir nur Metall das gibt mir keine Rohre ok ich bin nicht ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht Okay. Hier sind Rohre, aber die kriege ich doch nicht. Oh, wer sind sie denn? Bist du in diesem verbrannten Gebiet? Ja. Da sind nette Leute. Ich rechne immer damit, dass der Bär kommt. Okay, aber ich kriege keine Rohre, ganz vergessen. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir einen Schraubenschlüssel finden, weil damit geht es schneller. Können wir den nicht herstellen, nein? Ja, doch, aber dafür müssen wir einen Schmiede-Perk oder Business-Perk oder sowas auf zwei haben. Ich habe das erst auf eins. Ich würde mich sonst einmal kurz auf Toilette begeben. Ja, mach das mal. Gleich wieder da. Freischalt-Option. Durch das Lesen von Scrapping-for-Fun-Zeitschriften. Ich setze mich doch jetzt nicht hin und lese die Zeitschriften, sehe ich so aus. Oh Gott. Ach, du liebes bisschen. Oh mein Gott. Oh, da werden wir noch schön viel mit zu tun haben. Ja, das wird wunderbar. Ich muss sagen, es ist aber, wenn man anfängt, es ist sehr, sehr viel was auf einen da ein und dieses Menü wird leider nicht wirklich erklärt. Du wärst da reingeworfen. Du musstet alles erstmal irgendwie verstehen und lesen. Es leckt ein bisschen an Erklärung. Du bist da reingeworfen. Wir müssen gleich die nächste Mission machen. Ich glaube, anders geht es nicht. Ich gehe mal zum Händler. Ich denke, das ist die beste Option, die wir haben. Also es macht schon Spaß, aber es ist am Anfang jetzt extrem grindy, weil du stehst vor einem Riesenberg von der Herausforderung. Und zumal an Tag sieben kommt der Blutmond. An Tag sieben wird's Orsch. Kann ich das da reingeben? Automatmieten. Automatmieten. Okay, bringt er... Was bringt mir das? Okay, pass auf. Wir machen gleich einfach die nächste Mission. Wir können auch Sachen abholen, ne? Ja, komm. Wir holen die Lieferungen ab. Wir sind ja gerne so die Booten. Wir machen einfach mal. Warte noch auf den Günther. Hm. 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 Eine Leiche. Ne, ne, das ist mein Vorschlaghammer. Ich kann den auch mal reparieren, glaube ich. Bup. So. Das ist mein Vorschlaghammer, my trusty one. So. So, und wenn der Günther gleich da ist, äh... Jo, ich bin wieder da. Da ist er. Und ich habe eine neue Mission. Ich habe... Anders können wir nicht leveln. Jo, ja, ja. Machen wir. Wir müssen was abholen diesmal. Hat er gesagt. Gibt dich zum Sammelpunkt. Jo. Ja. Bring die Vorräte zurück. Hm. Kann ich hier raus was trinken? Ne, ne? Ich bin nass. Nein, ich bin nicht nass. Ich bin feucht. Was gibt's da zu lachen? Hm? Nix. Ja. Die gefällt das einfach nur, ne? Ich mag das gerne. Ich bin sehr gerne feucht. Nun sag nicht, dass es dir nicht gefällt, wenn ich ganz feucht bin. Doch, 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 doch. Ich liebe das. Siehste, siehste? Alles andere hätte ich jetzt auch, hätte ich nicht, also, hätte ich nicht gelten lassen. Wenn wir hier so durch den Wald laufen, ne? Das erinnert mich ja an Forrest. Da müssen wir auch wieder über kontroverse Dinge sprechen. Oh Gott. Was hast du überhaupt im Kopf? Ich habe zum Beispiel eines im Kopf. Ja, pass auf, jetzt. Denk mal ganz, ganz genau drüber nach. Mhm. Die Grünen. Ja? Ja. Die wollen ja immer, dass wir quasi... Oh Gott. Oh, da kommt jemand. Warte, da ist auch ein Grüner. Der greift mich gerade an. Äh, die wollen ja immer, dass wir eigentlich möglichst kein Auto mehr fahren, ne? Boah. Jetzt haben sie den Habeck ja schon wieder gefunden, ja? Mhm. Und der hat sich jetzt anstelle von, zum Beispiel von so einem E-Auto, hat er sich jetzt eine neue Karre gekauft. Mhm. Und, äh, diese Karre verbraucht im Prinzip mehr als, äh, normale, drei Autos von einem normalen Bürger zusammen, ja? So. Aber ist das ein Auto, ist das ein privates oder sein dienstliches? Nein, ich glaube, es ist ein privates. Okay. Weil, die müssen ja auch eine besondere Schutzklasse eigentlich haben, was, äh, Beschuss und, ähm, hier explosionsgeschützt ist. Richtig. Ja. Und dieses Auto, weißt du, das hat er sich jetzt geholt und da hab ich mich jetzt gefragt, ob der mich eigentlich verarschen will. Ja. Das kann gut sein, du. Ja. Wir können auch gleich nochmal gucken, wenn wir noch so ein, ähm, wie heißt das nochmal, so ein Funkmast oder so finden, weil da hatte ich letztes Mal Schraubenschlüsse gefunden, als ich alleine gespielt hab. Okay. Ja. Das machen wir.